Da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Folge Life is Strange und wir können hier jetzt noch ein bisschen herumwandern und am besten gucken wir mal, was er hier zu sagen hat. Das ist keine Angelegenheit. Wenn ich sie nicht interessieren würde, würde ich nicht interessieren. Als ich ihre Zeit habe, habe ich viel mehr in der Hölle gegründet. Sie ist besser als das. All die Kinder sind. So ist Kate Marsh. Was ist Kate? Sie sind zwischen uns in einem ziemlich schlechtes Moment. Sie ist eine andere Sache. Kate hat nichts falsch gemacht. Max, das ist nicht nur Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with no more. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. You best not bother chatting me up now. Ah, ich habe von Warren eine Nachricht. Okay, Science Fiction. Warum? I could go see Warren playing mad scientist in the lab. That reminds me. I have to score some weed from Nathan. Da Warren. Hey Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Oh, God. Asking me for help means you're screwed. Have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Ich sage Natrium. I have a vision. Go. Damn. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Damn. Zip. Nothing. Nada. Okay. Falsches. Sollte also was passieren. This can't be that hard. Hey Warren. Alright. What are you all doing? Possible silver ham. Asking me for help means you... Have to add either a bit. Okay. Let me get this Calium. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but... Go... potassium. Potassium it shall be! If this works, You get a free hog. Oops... Okay, jetzt war es auch wieder falsch. Das sieht schon besser aus. Toll. Das hatte ich doch schon hier. Okay, das war es auch schon. Das war's für mich. Die ist eifersüchtig. Merkt das schon? Ja, klar, hier ist es doof. Ich weiß nicht, Max. Mehr Menschen lieber einen Text senden eine Petition. Das ist so, dass sie uns alle distracted haben. Niemand wird sehen, dass die Kameras auf jeden Quadratmeter sehen. Einige uns wollen unsere Kameras benutzen für gut. Aber Menschen wie David Mattson wollen sie benutzen, um sie zu spüren. Jesus, ich bin nicht wie ihm, Miss Grant. Ich weiß, Max. Aber der Trick ist, dass die Blackwell Academy nicht wie ihm ist. Miss Grant, kann ich dir eine possibly-dumb-science-science-kwestion? Du kennst meine Stockteacher-Answer. Keine dumme Fragen. Ask away. Würdest du auch Potassium oder Sodium zu einem Chemikal-Mix für diese Woche? Neither. Unless du willst eine Fülle-Fülle-Powder. Ich würde auch Chlorien. Ich bin sorry, Miss Grant, aber ich muss gehen. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Okay, also weiß ich jetzt, was ich wollen raten muss. Hey, Warren. Maxwell's- Asking me for help means- I have to add either a bit of- Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorien? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Dann machen wir gleich mal ein Foto von ihm. Wenn er solidiert, wie er aussieht. That was fun helping Warren. He's pretty cute when he's in full-on geek mode. Check out the big brain on Max. You might be the next Heisenberg of Blackwell. Na gut, dann wollen wir jetzt mal rausgehen. Even... Oh mein Gott, der ist schon wieder am Weg. You look worried. Is everything okay? Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. I stepped in between David Madsen, barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Das war echt ein Fehler, als ich da kein Foto gemacht hab. My number one rule of photography. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she does protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? No. I just don't want Kate Marsh to be the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girl's bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello. Yes? Um... Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Hmm. McFordish. Hello? Make me beautiful, Hayden. Bo. 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 Dana, you are out of control. Do you think Max will be pissed we're sitting at her death? Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max. So I won't forget you. Assholes. Hmm. Das sieht echt nett aus. Kate. Okay, warum ist David taking photos of Kate? Now, this is so wrong and weird. Oh, wieder eine langweilige Stunde. I don't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me but if you're not in this class beat it. Everybody else please sit down, we have a lot to cover today and so little time as usual. Oh, wieder eine langweilige Stunde. Oh, wieder eine langweilige Stunde. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling it. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to... What's your problem? Judge. Usual. So, wir haben eine Nachricht. Wollen wir mal nachgucken. Von Chloe. Okay, also anscheinend mögen sie sich sogar sehr, mehr als nur Freundinnen. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Nice doof. We can thank Reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying... ...Kiroskyro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrasts. Although we don't technically see in my... Yo! Some crazy shit is going down on the girls' door. Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen! Everybody remain seated. Oh nein, Kate. Unless they don't look at me. Dismissed. Oh nein, Kate. Unless they don't look at me. Dismissed. Kate! No! She can't die. She can't. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. I got it, I'm not. Keep going, Max. You can't do it. I have nothing to do it. I have something to do with the people. What's wrong with the single drop? Yes. Siehe. Gehen wir mal gleich aufs Dach. Müssen Sie zurückhalten. Yes! Was machst du hier, Max? Stop! Nicht nach mir! Nicht nach mir! Es wird nicht funktionieren. Ich habe keine Macht. Jetzt muss ich das mit mir machen? Max, wirklich, nicht nach mir! Ich werde nicht nach mir gehen. Okay, okay. Ich bin hier. Kate, bitte. Oh, Max, ich weiß, dass du mich willst. Ich liebe, dass du mit David kamst, aber es geht nicht mehr, jetzt geht es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du geht es nicht mehr, und nicht nur für mich. Ich möchte das glauben. Kate, dein Leben ist immer dein, und wir können das durchführen. Ich muss mich helfen. Ich bin froh, dass du mich über mich beschäftigst. Das macht mich besser fühlen. Natürlich, ich mich überraschend. Du bist meine Freundin, Kate. Ich fühlte mich besser, mit dir zu sprechen. Ich fühle mich immer, dass du wirklich hörst. Kate, bitte,信 mir. Komm, stand bei mir, okay? Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich weiß, ich kann dir helfen. Ich bin froh, ich verabschiede den Web-Linken zu dem Video. Es war geschrieben auf der Schwer-Roll-Mirror. Das ist deine Geschichte jetzt. Wie kann ich dich信? Was ist das heute Morgen, wenn ich Hilfe brauchte? Du hast mir gesagt, dass du nichts tun hast. Ich bin froh, dass du dich verabschiedst. Ich bin froh, dass du nicht die einzigartigst. Also, du musst mich helfen, zu helfen. Nathan Prescott? Das macht Sinn. Er ist ein Schwer-Roll. Du hast jetzt Beweis? Soon, dann direkt zur Polizei. Denkst du es wie, wir schlussieren Blackwell. Du hast meine Brühe, Max. Das ist die erste Mal, ich habe mich in eine Woche gefühlt. Gut, wir alle müssen uns auf die Brühe haben. Max, so, ich möchte, dass du mit mir mit mir jetzt kommen kannst. Bitte, du musst nicht das machen. Max, ich bin in ein Schwer-Roll und ich kann nicht aufzuhören. Unless ich mich zu schlafen. Dann hat jeder Blackwell-Roll-Roll-Pixen von meinem Körper. Ich bin schon auf der Internet auf der Welt. Noe wonder sie es ein Web-Roll. Nothing kann ever getrennt. Like mein Video. Ich wünsche mir ich zurück in Zeit und erasen alles. Kate, das ist unsere Chance, um die Bullies zu verletzern. Das ist die einzige Chance, dass wir gegen sie gewinnen können. Können wir wirklich, Max? Ich glaube nicht mehr in Miracles. Jetzt bin ich. Du bist ein Teil der Grund, warum. Wenn du mit mir kommst, kann ich dir mehr erzählen. Du bist so eine gute Person, Max. Selbst wenn du bist mit Krabben. Aber ich komme mit dir. Du bist mein Freund. Für immer. Können wir ihn schütteln? Nein! Niemand will mich über mich. Niemand. Kate, ich habe das Karte von deinem Vater gesehen. Du kannst ihn beteiligen. Er liebt dich sicherlich ohne Frage. Vater tut mir leid. Auch wenn ich ihn verletze. Er ist derjenige, der ich weiß, der in mich glaubt. Er ist in mir. Richtige Antwort. Zum Glück. Na los. Glück gehabt. Geschafft. Puh. Ich weiß, heute war schwierig für alle. Aber ich bin so stolz, wie Blackwell zusammengebracht hat. Ich bin so stolz, wie Blackwell zusammengebracht hat, um eine junge Frau zu leben. Was macht Nathan da? Sie hat ihm recht. Was sag ich jetzt? Versuch's mal mit der Wahrheit, jetzt sind's Drogen. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She's sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waiting a gun in the girls bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. Ha! Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes. I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I can't even believe it was happening. Es war literally slow-motion, als ich sie aufhörte, und dann konnte ich sie fühlen, als ich sie aufhörte. Max, das war die größte Sache, die ich noch nie gesehen habe. Ever! Du kamst, sie kamst, sie kamst. Hugs, Tears, Applaus. Wie ein Super-Hero. Nicht ganz. Schau mich an. Ich bin ein Schuss. Du schweigst. Gerne, ein Human-Halo. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Wings gewonnen hast heute. Ich bin immer noch Angst, Kate. Sie versucht sich selbst zu töten. All über ein Video. Viral ist die richtige Worte. Wie eine Krankheit. Also, du hast es gesehen? Ein und eine halbe Mal. Warren, ich meine nicht zu sein, aber... ... es gibt etwas Ominösses in Blackwell. Heute provee ich das. Und ich arbeite an Proof, dass Kate Marsh ist mit Rachel Amber. Somehow. Along mit Nathan und Mr. Madsen. Ich bin nicht ein großer Conspiracy-Guy. Aber ich wundere mich nicht. Nathan hat mich gestern. Und Madsen ist ein straight-up dickhead. Also, was du denkst, ist wirklich passiert? Was ist das? 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 I believe you, Warren. I believe anything this week. Sieht ja schon schön aus. Der Direktor mit unserem Leeren. Dann ist der Leuchtturm. Ich bin die Vitoria. Und da ist der. Auch ein schönes Bild. Ich bin die Vitoria. Äh, Quatsch. Das ist jetzt Kate. Komm, wir sind noch ganz durcheinander bei den ganzen Namen. Chloe Immer noch diese komischen Ordner Katie Marsh Kate Marsh So, damit sind wir auch mit der zweiten Episode durch Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur dritten Episode wieder Ich beende das jetzt hier mal an dieser Stelle Jetzt können wir sehen, was wir hier gemacht haben Angenommen, hast du so Frank zu erschießen Ähm, du hast Kates Leben gerettet Du hast Nathan beschuldigt Seine Pflanze gegossen Du hast Alyssa Nee, hab ich nicht Du hast den links Genau Du hast nicht Freundlich zur Täler Äh, okay Hab ich gar nicht gesehen Einung angenommen Na, hat er recht geschrieben? Nö Warum gefuscht? Hm, okay Äh, das sag ich echt noch Also ich hab hier zwei Sachen verpasst Und zwar mal das Äh, drei Sachen hab ich verpasst Vier Sachen sogar hier Ich hab Alyssa nicht geholfen Ich fand nicht Freundlich zu Taylor Ich hab keine Nachricht geschrieben Und ich hab kein Zutritt zur Vortex Club Party erhalten Das ist natürlich Mist Aber gut Wir sehen uns in der nächsten Folge Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bislang Mit den zwei Episoden Und dann bis zum nächsten Mal Zur dritten Episode Tschüss Jetzt